Nein, als ob! Und sie töten mich vor dem Ziel! Dieses Spiel verarscht mich doch komplett! Ach, leck mich doch! So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part der Crash Bandicoot 3 Warped! Low Percent Challenge! Ich liebe es Warped! Zu schreien, Leute, das ist einfach zu geil, aber das macht der Ansagesprecher ja auch, wenn er das Spiel im Menü ansagt. Leute, heute wollen wir weitermachen hier in der zweiten Area im zweiten Gebiet. Wir haben beim letzten Mal Tiny Tiger besiegt und ihr kennt ja die Regeln der Challenge. Ich versuche hier einfach so wenig wie möglich anzustellen im Spiel und eben so durch die Level zu kommen. Mit möglichst wenig Kisten, möglichst wenig Wumpa-Früchten und möglichst auch ohne Gegner zu besiegen. Hier haben wir auch wieder ein Mittelalter-Level. Und das erste Mittelalter-Level, was wir hatten, ging ja eigentlich ganz gut klar, weil man hier ja meistens einfach am Rand langsteppen kann. Und so kann ich eigentlich allem ausweichen. So, hier könnte ich... Ja, hier sollte ich so rumlaufen. Aber doch, bisher... Bisher läuft das hier eigentlich ganz gut. Also die Challenge allgemein läuft meiner Meinung nach auch sehr gut. Zumindest bis dato. Ja, hier sehe ich jetzt relativ wenig. Aber ich würde hier mal wieder die Seite wechseln. Manchmal ist es ein bisschen geschickter, ne, auf die andere Seite rüber zu gehen. Ja, hier jetzt so ein Gegner. Und ja, den Magiern, den müssen wir auch ausweichen. Nein, keine Magikupas, aber Magier, ne. Darf man nicht verwechseln, Leute. Darf man nicht verwechseln, sonst wird der gute Hypie vielleicht auch wieder böse. Man weiß es nicht und den möchte ich nicht böse machen, ne. Ist ein cooler Typ. Und deshalb wollen wir ihm natürlich den nötigen Respekt zeigen, ja. In unserem Sprachgebrauch. So, hier ist wieder ein Magier. Ja, vielleicht könnte man sogar Zauberer sagen, ne. Zauberer würde auch noch passen. Aber ist ja eigentlich... Also das ist doch so ziemlich dasselbe, oder nicht? Magier und Zauberer. Also ich sehe darin jetzt keinen Unterschied. Wow. Ja, okay. Du hast dich selber getötet. Das war nicht ich. Ich meine, die Box, die zählt trotzdem zu meinem Boxcounter dazu. Aber das war nicht ich. Die Kröte, die hat sich selber umgebracht. Selber mit der Nitro-Kiste weggeböllert. So, hier. Ja, schwing dein Schwert. Dann kann ich den Kristallchillig einsammeln. Und wo springst du hin? Wo springst du hin? Kannst du wieder weggehen? Ja, du gehst wieder weg. Okay. Und dann hier... Ja. Der Ziege noch ausweichen. Nein! Als ob! Und sie töten mich vor dem Ziel! Dieses Spiel verarscht mich doch komplett! Ach, leck mich doch! So, du Drecksviech! Geh mir aus den Augen, Alter! Wie ich dich hasse! Mein Gott! Kurz vorm Ziel! Und ich muss das ganze Level immer komplett spielen, weil ich keine Checkpoints habe. Meine Fresse! Warum tue ich mir auch so eine Challenge an? Was ist denn in meinem Kopf kaputt? Ich weiß es nicht. Aber diese Kackziege, die würde ich schlachten und direkt essen. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich gegen Ziegenfleisch allergisch bin. Kann natürlich auch sein. Aber du Kackziege, dich schlacht ich. Dich schlacht ich. Das sage ich dir noch. Du dumme Sau, du! Ja, da werde ich zum Klaus Kinski. Meine Güte, ey! Kann ja nicht sein! Voll ein Witz, Leute! Voll ein Witz! Da werde ich echt zu Klaus Kinski. Ha! So, und wir haben jetzt hier aber wieder eine neue Level-Art. Und zwar haben wir hier jetzt Orient-Level. Ja, hier muss ich wieder ein paar Wumpa-Früchte einsammeln. Da komme ich nicht drum rum. Und, äh, ja. Keine Ahnung, wie diese Level-Art so wird in unserer Challenge. Das weiß ich nicht. Diesem Typ muss ich aber ausweichen. Ähm, ja gut. Hier kann ich vor den Wumpa-Früchten springen. Hä? Warum sammelt er die trotzdem ein? Ja gut, die Hitbox ist wahrscheinlich einfach ziemlich groß. Was ist mit dir? Muss ich dich töten? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, das geht hier in Ordnung, wenn ich, wenn ich irgendwie... Kann ich an dem Typ vorbeisteppen? Das ist halt die Frage. Kann ich an dem Typ vorbeisteppen? Ja, okay. Ja, sonst hätte ich ihn besiegen müssen. Sonst hätte ich ihn besiegen müssen. Oh je. Und hier sind noch Skorpione, Leute. Gefährliche, äh, Skorpione. Äh, joa. Mit denen möchte ich auch nicht unbedingt zu tun haben. Würde ich mal sagen. Hier noch ein Affe. Ja, der hat hier... Der hat hier ein paar Krüge, die er balancieren muss. Komme ich an dir irgendwie vorbei? Nee. Er steckt mich einfach... Er steckt mich einfach in den Krug rein. Boah, die Frage ist halt echt, ob ich diesem Affen überhaupt ausweichen kann. Hm. Ich glaube, ich kann die Pazifisten-Challenge auch trotzdem schaffen. Wartet mal, wenn ich ihn hier... Ja, wenn ich ihn hier einmal zumindest, äh, anwirbe. Denn, dann besiege ich ihn trotzdem nicht. Sondern er steckt dann nur in seinem Krug fest. Und das widerspricht nicht den Regeln. Ja. In seinen Krug stecken darf ich ihn. Das ist im Endeffekt... Also, das ist wie mit den Koopas in, äh, in Super Mario, ne? Auf die darf man auch in einer Pazifisten-Challenge drauf spielen, äh, drauf springen. Weil sie eben nicht instant sterben, sondern, äh, nur... Nur halt eben... Ja, okay. Da konnte ich jetzt nicht drum rum kommen. Wenn ich seitlich nicht vorbei kann, dann musste ich den besiegen. Ähm... Schade. Ja, wenn man halt, äh, wenn man halt einen Koopa, wenn man auf den drauf springt, dann kommt er ja aus seinem, aus seinem Panzer raus, beziehungsweise geht in seinen Panzer rein. In den 2D-Spielen, ne? Ich hab grad an die 3D-Marius gedacht, wie Super Mario 64. Ähm... Das ist halt immer so ein bisschen, ein bisschen abhängig. Wie kann ich hier vorbeikommen eigentlich? Ich seh hier... Ich seh hier grad gar nicht den Weg. Ach, so kann ich an dem Gitter lang klettern. Das ist halt schwierig, ne? Das zu sehen. Wenn da die Kisten im Weg sind, dann kann man das nicht so richtig erkennen. Dann kann man das nicht so richtig erkennen. Ähm... Ja, also da darf man die Koopas eben einmal, einmal anhitten. Und diese Affen hier, die darf man auch einmal anhitten. Ohne die Challenge zu failen. Ja gut, die Wumpa-Früchte, die muss ich leider auch einsammeln, befürchte ich. Ich wüsste nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Oh, hier wieder, wieder so ein Affe. Also ich glaub, das wird wohl das Schlimmste in den Orient leveln. Und dann boxt er mich runter, genau! So, komm her, du blöder Affe. Verschwinde hier, okay. Ich glaub, ich muss einfach direkt an ihm vorbeilaufen. Ich glaub, das ist meine einzige Chance, um an diesen Affen vorbeizukommen. Ohne die halt eben zu besiegen. Einmal wirbeln. Und dann direkt... Und dann direkt, äh... Direkt vorbeilaufen! Haha! Kannst du bitte... Boah, kann ich dir ausweichen? Kann ich dir überhaupt ausweichen? Warte mal. Das müssen wir mal überprüfen. Ich glaub, dem kann ich auch nicht ausweichen, Leute. Das Ding ist, bei den Zäunen ist halt immer so eine unsichtbare Wand. Ja gut, dem muss ich dann leider besiegen. Gut, Leute. Ich hab diesmal eine Akku-Akku-Maske dabei. Und das heißt, ich werde einfach mal so an ihm... Okay. Okay, ich muss einfach nur... Ich muss einfach nur an ihm vorbeilaufen. Okay. Ich hab diesmal sicherheitshalber eine Akku-Akku-Maske mitgenommen. Aber... Hab ich jetzt gar nicht gebraucht. Gut, über dich kann ich auch drüber. Ach, hab ich ihn jetzt besiegt? Ja gut. Hä? Ich hab ihn aber nur einmal getroffen. Warum hab ich ihn denn jetzt besiegt? Das verstehe ich auch nicht. Wie komm ich an dir vorbei? An dir ist es auch immer ein bisschen schwierig, vorbeizukommen. Aber... Ja gut. Das war jetzt mit der Akku-Akku-Maske. Naja. Ne? Ist immer... Ist immer ein bisschen knifflig, da rauszufinden. Wie man da so wenig wie möglich in den Leveln anstellt. Ne? Da muss man auch manchmal ein bisschen umdenken. Aber gut, Leute. Ein Level steht ja heute noch an. Ich hab euch ja gesagt, wir machen immer drei Level pro Part. Das eignet sich eigentlich am besten. Ja gut. Und Hogwide. Oh, das ist... Okay, das ist eine der schlimmsten Level-Arten, die es gibt. Das ist wirklich eine der schlimmsten Level-Arten, die es gibt. Und zwar gibt's hier in Crash Bandicoot 3 Warped solche Motorrad-Level. Die sind wirklich schlimm. Aber... Dennoch würde ich sagen, dass sie gut für unsere Challenge sind. Denn hier muss ich eigentlich nur... Eigentlich nur den Kisten ausweichen. Ne? So ziemlich. Ja gut, Wumpa-Früchte werde ich auch probieren auszuweichen. Und dann muss ich hier eben noch... Eben noch auf den ersten Platz kommen. Aber diese Level, die sind jetzt nicht großartig schwieriger... ...als im originalen Crash Bandicoot 3 Warped. Also... Wenn man das ohne Challenge spielt, dann ist das... Dann ist das auch nicht wirklich... Nicht wirklich einfacher. Das ist hier eigentlich genauso schwer. Würde ich jetzt hier also in der Challenge zumindest als Vorteil sehen. Nur in Bezug auf die Challenge. Aber ja. Ich bin hier trotzdem auf dem dritten Platz, glaube ich, gelandet. Naja, Leute. Na ja. Das werde ich dann wohl nochmal probieren. Ja, weil für den Kristall müssen wir Erster werden. Und mir fällt gerade auf, dass meine Facecam auch im Weg ist. Jawohl, Leute. Ich bin jetzt hier auf dem dritten Platz. Und es sieht ziemlich gut für mich aus. Ich muss... Ja, okay. Ich muss nur noch den da vorne einholen. Ich würde sagen, ich nehme hier mal noch eine... Eine von diesen Turbostreifen mit. Und... Oh, shit. Wenn die Steuerung nicht so scheiße wäre, dann wäre das auch einfacher mit diesen Leveln. Aber wir haben den... Wir haben den Kristall bekommen. Und von dem her soll mir das hier auch recht sein. Ja, ich denke, diese Motorrad-Level, die werde ich immer einmal mit euch fahren. Und euch dann direkt zum letzten Versuch schneiden. Weil, äh... Ja. Was bringt es euch denn? Diese kurzen Motorrad-Level. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie oft zu sehen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es das von diesem Part gewesen sein soll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und, äh... Tschüss.